Uah, bzala. Uah, ich darf nur nicht vergessen, das rauszuschneiden. Okay, so, weiter geht's. Oh, ich hab hier einen neuen Ort entdeckt. Mit Propaganda. Sehr schön, ich bin so stolz auf dich. Du hast so ein Händchen für Propaganda. Ja, ich bin ein Propaganda-König hier. Ah, hier ist auch Propaganda irgendwo. Ah, hier. So, Propaganda weg. Guck, ich war schneller. Verdammter Hohle, das ist schon wieder. So. Hier rennen sie irgendwie rum. Naja. Ja, ein kühles Platz. Nach oben. Ich möchte noch ganz viele Kisten vergessen. Auf meiner Karte werden die ganz viele Kisten angezeigt. Ich glaub, die sind oben. Nee, hier unten schau ich einfach ein. Nee, da unten, okay, da unten. Ja, die hab ich nicht gesehen. Äh. So, und was macht der Kletterprofi hier? Der nämlich hat verarscht, der hat runtergeklettert. Der hat hoch. Ah, wir haben ein Propaganda-Zentrum freigeschalten, was wir aufräumen können. Was machst du eigentlich hier? Ja, wo geht's denn weiter? Ja, hier. Wir sind weg. Ja, hier. Musst du halt. Schau, hier. Langer Sprung und dann... Sehr schön möglich, dieser Scheissprung. Na, mach. Damz. Nee, ist es nicht. Ah. Man kann's schaffen. Ich hab das schon mal gemacht, weißt du? Oh, ganz knapp. Hab ich's nicht geschafft. Ich hab schon alle Kupentüren, also ich hab alle schon mal gemacht. Ja, ja, okay, von mir aus. Aber du erinnerst dich doch jetzt auch nicht mehr ganz genau. Das ist auch ein Weg für mich. Oh. Das ist exakt, ich weiß, dass du bist. Okay, ich versteh schon, du hast es geschafft. Und ich schaff's immer noch nicht. Wo bist du denn da? Ja, hier unten noch. Verdammt Spaß. Ich komm da nicht. Alles ausreden. Toll, jetzt bin ich einfach so runtergestürzt. Ja, gut. Mit Rennen geht's auch nicht so viel besser. Hä? Ah, jetzt hab ich's okay. Doch, mit Rennen ging's besser. Ich bin auch jetzt einen Schritt weiter. Also, ich bin oben. Ja, schön für dich. Jetzt komm ich auch langsam nach oben. Oh. Das war ein sportlicher Sprung. Wir sind schon wieder hoch. Ja, toll. Andersrum. Doch nicht. Was? Ah, hier lang. Ich glaube, bei dir kann es noch dauern, oder? Äh, ja. Aber ich komm voran. Ich bin halt noch nicht so in der Übung, weißt du. So, hier geht's hoch. Ja. Ja. Das ist aber auch blöd zu erreichen. Das ist aber auch blöd zu erreichen. Wir haben hier nicht da stehen. Oh, nee. Das ist schon fast ein bisschen zu viel des Guten hier. Da unten schreien sie nur noch. So, was ist denn eigentlich gerade los? Ich komme mit der Situation nicht zurecht. Ah, du hast eine Kiste übersehen. Hab ich. Ja, ich glaube, ich war hier irgendwie ein Stockwerk tiefer. So, was waren denn die da unten eigentlich? So, was ist denn eigentlich? Was? Was? Ich dachte, da wäre einer, aber irgendwie nicht. Was genau machst du? Ich dachte, ich habe das nicht gespielt. Hallo. Hm? Du, du bist bei mir mit dem Wing Suite unterwegs. Ja, gerade eben, ja. Willst du also nicht den Glockenturm einnehmen? Das wolle... Ja, das machst du. Nee, ich glaube, ich kann den gar nicht einnehmen. Den musst du einnehmen. Äh, den kannst du doch auch einnehmen. Echt? Kann ich? Ja. Da steht's doch schon. Na gut, dann muss ich den jetzt einnehmen. Na toll. Ich kam nicht höher. Natürlich, da war eine Leiser. Ja, bin ich gesehen. Boah, einfach so aufgeben. Ich hätte auch... Nein, da waren plötzlich unten Kämpfe. Ich habe den, den, den goldenen, den goldenen Path habe ich geholfen. Ähm. Es piepst. Ähm. Es piepst. Ah, scheiße, ich bin runtergefallen. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ist so. Boah. Autsch. Ich habe mich gerade bellen, liebe Gehakt. Das ist halt schlau. Ja. Na gut, da komme ich jetzt auch runter. Das ist halt nicht weit genug. Autsch. Ich bin tot. Ja, das würde wenigstens hier das nochmal üben. Ach ja. Ich habe dafür das Karma Event completed. Ich würde sagen, jetzt gehen wir zur Festung, oder? Ja. Bagadour. Kann sein, dass du die jetzt, die wir schon mal gemacht haben im Let's Play. Machen wir sie einfach nochmal. Und dann auf Meister. Ah, ich habe auch Karma bekommen. Cool. Ah, das ist die Festung. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon im Coop gemacht haben. Ja, möglicherweise. Oder haben wir das aufgenommen, oder nicht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich sage nur meine Kackwaffen dabei, ne? Ah, okay. Das wird interessant. Die Festung ist richtig cool. Das kann ich schon mal sagen. Ich mag die. Jetzt, erzähl dir mir was in der Festung. So, also. Übrigens, ich habe mal herausgefunden, ähm. Es ist besser, den Anführer der Festung zu töten, als danach die Einladung. Weil sonst ist die Festung schwerer. Wir haben jedes Mal die schwere Version. Äh, die Version war so leicht, nicht wie nichts. Also ich gehe wieder den alten Weg. Du machst den, also so wie das erste Mal. Das ist ja schon mal gespielt haben. Dann zeige ich euch nämlich hier diesen coolen Weg. Ich mag den wirklich. Und, äh, die Spaß ist extrem cool. Und zwar geht es hier hinein, in einen, ja sagen wir mal, Gang. Da sagen wir mal so, scheitern Partie nicht. Achso, ich glaube, ich bin auch in dem Gang. Ach, egal. Achso. Du warst halt immer woanders. Äh, ich habe mich abgeseit, aber das war ziemlich scheiße. Achso, das abseiten. Ja, das hast du einmal gemacht, ja. Ja, oder? Das ist in der Tat richtig. Aber da haben wir jetzt niemanden nach außen. Das ist schon egal. Mega leise klingt, dass wir jetzt da auch nicht wissen. Ich glaube. Du wurdest entdeckt. Hält mich viel guter, wenn es nicht entdeckt worden wäre. Ehrlich gesagt. Okay. So. Da bist du dich auch entdeckt. Aber mit der Spaß. Muss man Spaß machen. Ah, ja. Wir können ja nachher noch mit dem Meister die Pro-Bession machen. Okay. Ja, machen wir das so. Ah. Da war noch einer. Oh, sehr schön. Ich habe den Schweren mit einem Runtersprung-Takedown erwischt. So, jetzt haben wir auch Spaß. Ich habe den mit einem Runtersprung-Takedown erwischt. Oh, oh. Ich werde mir hier ein bisschen... ...mangel. Ja, einen haben wir schon mal. Oh, einen Mörser. Mörser-Typ hier. Naja, das bin ich. Ach, das war's. Ja. Da kommt aber schon gerade einer. Der Ausschalte. Da oben ist aber gerade einer. Ein Wunder, dass er mich noch nicht gesehen hat. Jetzt können wir weiterschießen mit unserem Mörser. Hä? Und zwar gibt es hier eine sehr schicke Stelle, wo wir reinschießen können. Nochmal. Ich mag die Stelle. Ich glaube, wir erwischen dann jemanden. Dann müssen wir den Mörser jetzt mal in Ruhe lassen. Ich habe auch keine Heilspitzen. Ich habe gerade einen Pfeil unnötig verschossen. Oh, guck mal, da ist ein bisschen blöd. Den wollte ich vertreten. Den Kredi überlasse ich dir. Ich muss mir gerade ein bisschen teilen. Okay, ich habe ihn. Nein, Spaß ist nicht meine Waffe. Ah, sehr gut. Jetzt kommen noch mehr. Ja, man muss einfach zu nah zu sein. Jawohl. Ein schicker Takedown. Jetzt kommt noch ein Helikopter. Helikopter, sehr schön. Okay, den hole ich mir. Helikopter, da vorne ist er. Ich glaube, die beste Variante ist einfach, ein bisschen G zu schnappen und dann laufen wir mal an. Ich durchsuche in der Zeit schon mal die Leute. Das sieht mir nicht so gut aus. Guck mal, ob du mich holen kannst. Komm, fasch du. Ich habe den Wingsuit ausgerüstet. Jetzt bist du tot. Ja. Jetzt war ich fast da. Das hast du gut gemacht. Ey, so schnell, oder was? Ja, wenn jemand auf dich schießt, dann geht es schnell. Ach so, okay, ja gut. Und wie schneller kam ich nicht. Es ging nicht schneller. Egal. Bam. Weg mit ihm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie die Sparte ist zwar lustig, aber... Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, kann man gar nicht mehr durchsuchen. Wenn auch nicht. Schade. Ich weiß nicht, du hast gewonnen. So, dann wollen wir nochmal. Mal. Ah, wie ist das? Wo sind sie doch irgendwo alle? Einen hab ich. Okay, ich hab auch noch einen. So, dann wollen wir jetzt mal den Meistermodus machen und dann unentdeckt auch. Ja, ja. Ja, Meistermodus müssen wir denn natürlich sein, weil Meister halt. Ja. Ähm. Ja. Ja, ist das mal. Tot. Machst du gut. Machst du gut. Danke. Hm. 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 Soll ich meine OP-Sniper dafür so halten, oder eher? Hast du das denn zu einfach dann, oder? Dann ist... Dann kriegen wir es auf jeden Fall hin. Ja, das ist aber zu einfach, ja. Warte, ich will doch ganz kurz neue Munition und dann können wir starten. Könnt ihr mal meinen neuen Raketenwerfer auspacken? Der ist ja nicht auch zu cool eigentlich. Außer gegen Hubschrauber ist das scheiße, aber ansonsten ist er cool. Den hat er im Feldzeug. Den kämpf ich auch noch gar nicht, ne? Der hilft mir. Der haupt fast nichts. Keine Hostage-Wrest du jetzt gerade. Und jetzt machen wir mal den Meistermodus. Äh, warte, warte, warte. Ich muss mich erst ausrüsten, so. Bevor hier irgendwelche Meister gemacht werden. Ah, das sieht man schon. Ich bin hier Platz 4 in den Highscores. Das ist unglaublich. Ich bin Platz 4 in den Highscores. Achso, hier. Ja, weil wir es schon gemacht haben. So. Verkauf ich mal ganz kurz. Was für Waffen braucht man denn? Was soll ich nehmen? Soll ich eine Sniper mitnehmen? Auf jeden Fall was Leises einfach. Wir wollen diesmal auf jeden Fall unentdeckt. Das heißt, ich nehme meinen Raketenwerfer mit. Das ist schon mal gut. Und so. Ja, weil das ist ja leise. Nicht wahr? Mehr oder weniger. Dann ist ja gut. Soll ich meine, ob ich es leider mitnehmen? Als Notlösung. Uh, ah, deshalb kann man ja viel zu sehen. Ich nehme die jetzt einfach mal kurz. So. Jetzt gehe ich mal bis hier. Dann nehme ich noch alles. Und jetzt ziehe ich mich hoch. Hab ich noch eine leise Pistole. Wenn ich irgendeinen Schalldämpfer drauf machen kann. Was ist denn eine gute leise Pistole? Ich habe gar keine leise Pistole, glaube ich. Wie? Ja. Na, beeil dich mal. Ich will bald starten. Hier vielleicht? Cannon? Nee. Ein leises Ding gegangen. Ich habe irgendwie keine leise Pistole. Kann das sein? Ah, nur gerade bei Tierarmbrust. Die ist leise, genau. Die Armbrust. Tja, ja, doch. Die habe ich auch noch nie benutzt. Ähm, was ziemlich cool ist. So. Äh, ja, dann nehme ich die noch mit. So. Na, jetzt habe ich jetzt. Sollte eigentlich, guck mal kurz. Und, äh, ja. Okay, das Layout kann ich nicht zufrieden geben. Okay, dann geht's los. Dann probiere ich mir vielleicht ein bisschen mit der Repetiearmbrust zu machen, oder? Okay, dann geht's los. Und, äh, ja. Und, äh, ja. Und, äh, ja. Und, äh, ja.